Bei der Geldanlage gibt es einige Dinge zu beachten. Erfahren Sie jetzt, wie Ihre private Altersvorsorge mit der Raiffeisenfondpension funktioniert. Starten Sie den individuellen Mix zur richtigen Zeit und finden Sie, abhängig vom persönlichen Risikoprofil und Alter, Ihre passende Fondlösung. In jungen Jahren wählen Sie einen Fond mit hoher Aktienquote, wie die wachstumsorientierte Raiffeisenfondpension. Je näher der Auszahlungszeitpunkt rückt, desto geringer sollte der Aktienanteil im Fond sein. Achtung! Bei Veranlagungen am Kapitalmarkt sind Kapitalverluste nicht ausgeschlossen. Steht Ihnen eine Geldsumme zur Verfügung, empfiehlt sich auch während der Laufzeit ein Einmalerlag. Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit der Auszahlung eines Teilbetrages. So lässt sich Ihre Veranlagung bedarfsorientiert gestalten. Ist das Auszahlungsalter erreicht, können Sie das Ersparte abschöpfen. Diesen Zeitpunkt können Sie frei wählen. Entscheiden Sie zwischen der Auszahlung eines monatlichen Betrages, einer Gesamtauszahlung oder der Auszahlung eines Teilbetrages, während der Rest weiter veranlagt wird. Unser Tipp? Achten Sie auf eine günstige Börsephase, denn die Kapitalmärkte sind Schwankungen ausgesetzt. Kapitalverluste sind daher nicht auszuschließen. Übrigens, Sie können Ihre Raiffeisenfondpension grundsätzlich einfach vererben. Holen Sie sich einen Überblick der aktuellen Angebote für Ihre private Pensionsvorsorge auf www.rcm.at. Folgende Fragen sollten Sie sich vor dem Gespräch mit Ihrem Raiffeisenberater stellen. Mit welchem Alter möchten Sie in Pension gehen? Welche Sparformen haben Sie bereits für die Pension reserviert? Gibt es Pläne, Hobbys, Vorhaben, die Sie in der Pension umsetzen möchten? Jetzt vorsorgen mit der neuen Raiffeisenfondpension. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.